willkommen zu einer weiteren folge von borderlands 2 mit der sirene so da gibt es wieder hoch da brauchen wir nicht hin ob man da oben hoch kann das ist ungewöhnlich der firehawk hat die bloodshots längere zeit schikaniert aber sie haben nie zuvor einen so umfangreichen angriff aus den firehawk eingeleitet ich frage mich warum sie sich so sicher waren weiter so bloodshots dieses dämonische den tag bereuen an dem es sich mit uns anlegte der firehawk wird an seinen eigenen verkleidet stecken alter okay die ecke kenne ich noch nicht das geht jetzt bestimmt genau da hoch wie viel gibt es hier 22 wollte mich verarschen in die im riesengebiet 2 sirene schon ja gut bringt nur ein bisschen kohle ich meine das ging war ja relativ easy dadurch dass man hier die abzweigung nimmt aber keine ahnung wo das weiter hier sein soll ich kann mich nicht erinnern dass ich jemals gefunden hatte irgendwo du wirst keine zweifel warte liegt noch praktisch wäre es wenn unsere fähigkeit und man nebenbei noch so ein bisschen schaden machen würde das geht glaube ich zwar auch aber momentan oh fuck bringt mich viel lebe ab sehr gut Upsi Ich spüre alles! Oh! Schirr, mein Vater! Bring es! Ich... Es wäre geliebendet! Oh! Hör auf damit! Nein! Gut. So, wie gesagt, würde ich jetzt gerne die Nimm-Mission noch mal weitermachen. Ich kann aber noch den Punkt erst mal noch verteilen. Wo waren das? Hier, glaube ich, ne? Da würde ich sagen, machen wir hier noch den letzten. Mehr Schaden. Erhöht die Dauer des Facelocks ist natürlich auch wichtig, eigentlich. Äh, hallo, Spiel? 0,5 Sekunden. Hm. Okay. Alter, geht der grad gar nicht. Ich würde sagen, ich reise schon mal zur Nebemission und dann sehen wir uns gleich wieder. Äh, wieder auf Spitz. Dann gebe ich euch rein. Bis gleich. So, scheinbar hat er sich jetzt gefangen. Ahhhh... Naja, es geht so. Gut. Dann ballern wir uns nochmal hier durch. Ach, jetzt ist das Tor offen. Ist ja interessant. Das kann doch nicht wahr sein. Ohhhh... Wie soll ich ihn so treffen? Jetzt mal ernsthaft, warum spackt er jetzt schon wieder so rum? Es macht keinen Sinn. Es ist nicht anders als vorher. Die Zahl ist 3 für 3 Pfund Fleisch! Interessante Reaktion. Ich habe einem toten Baby ein Haar! Was ist der letzte? Boah, bis der mal die Waffe wechselt. Ich hab dich jetzt schon vergessen. Ich dich nicht. Aaaaaah! Kannst ja nicht sein, lass du Dinger! Ihr sollten vielleicht nicht so viel Muni davon verschwenden. Altter, hallo, Spiel! Die Frage ist... Okay. Ich darf da also nicht rein. Alter, das nervt ja richtig gerade. Oh! 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 Es geht wieder? Nein, es geht nicht. So gehören wir! Ah! Besser! so der ist weg doch, ich werde einen Gott, ey, Spiel , danke nein, 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 nein Ich muss mich verkrümeln Okay, jetzt können wir uns doch bis langsam zurück wagen Ich mach dich zu hart, gleich Zieh dir ihre Gesichter an, Schrott, die die Wien hier an Hä? Folgen die Geschosse dem Typen? Kann das sein? Okay Okay Ah, 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 ah. Ich brauche noch einen Stopp für meine Sandwiches. Deine Willis-Kerrin, ey! Mario! Ah, ha, 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 ha! So, du bist... ...weg wärst du noch mit dir. Nein! Aber wie viel kommen denn nur noch von denen, ey? Ich komm nicht weg. Und gerade jetzt muss das wieder rumspacken, ey. Danke, Spiel. Auf jeden Fall haben wir Glück, dass wir eine Sniper haben, wo wir den Schild gleich relativ gut downkriegen. Da ist das Hälchen! Gut. Wie wärs mal auf? Gerade fällt mir ein, dass ihr Trottel alle drauf geht, wenn ich euch nicht warne. Alle Sierenen sind von Geburt an mit unterschiedlichen unvorstellbaren Kräften ausgestattet. Ihr könnt sie nicht, ich wiederhole, nicht besiegen. Wenn ihr Lilith seht, meldet ihr es mir sofort. Ich kann es mit ihr aufnehmen. Ihr nicht. Ich, ja, ihr, nein. Hä, wieso man da hinkommen? Da rüber, da. Es geht ja nur da. Entlang wäre ich da. Das wird doch nichts. Ach du Gott. Jetzt können wir da weiter. Okay, wir haben das Zeichen. Aber Gott, keine Ahnung, wie man da hinkommt. So, fehlt nur noch eins. Das haben wir auch nur durch Zufall jetzt gesehen. Komisch eigentlich, obwohl es relativ offensichtlich da ist. Im Nahkampf, ach du Gott. Also erstmal kleinschießen und dann... Stress machen. Okay. 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 Das muss irgendeine Zielsuchfunktion haben. Kein Tab, also. Was bringt das nischt? 38, nein, nein, nö. Was bringt das nischt? Hm, ich bin da gleich besucht, das ist schön. Ich bin da gleich besucht, das ist schön. Den hab ich ja total vergessen. Gut, aufgereiht. Oh, noch einer? Okay. Langsam wird hier aber auch die Muni knapp, ne? Komm ich hier rüber? Nein. Da werd ich wahrscheinlich auch nicht rüberkommen. Ja. 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 Okay, okay. Irgendwie treffen die den, das ist geil. Okay, jetzt müsste der Große kommen. Hallo, wo ist er? Okay. Keine Bewegung. Das ist so traurig! Zum Glück! Oh nein! Konzentration! Bleibe! Ein Glück! Ich habe die Sirene Lillis beobachtet, seit die Kammer geöffnet wurde. Sie scheint ihre natürlichen Facewalking-Fähigkeiten mit Eridium zu verstärken, weshalb ich vermute, dass eine geheimnisvolle Verbindung zwischen Sirenen, Eridium und der Kammer besteht. Zwei weitere Dinge habe ich herausgefunden. Erstens mag sie es nicht, wenn man ihr Haarstrinnen unter dem Vorwand ausreißt, diese für wissenschaftliche Experimente zu benötigen. Und zweitens schmecken sie nach Oliven. Moment, nein, eher nach gebratenen Gurken. Ach, wir sind voll verflucht. Na gut, folgende Pause spät, bedanke mich. Bis dann.